Wow, das sieht ja richtig gut aus. Aber ich glaube, ich bin nicht der Richtige dafür. Danke Thomas, aber ich denke, mit der Größe wird es nichts. Hast du vielleicht noch was passendes? Ja, hast recht, Erik. Die passt besser. Die andere ist vielleicht ein bisschen groß. Das schaut besser aus. Das kann ich auf jeden Fall in Peking tragen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Spiele und natürlich vor allem auf eure Unterstützung. Ganz Deutschland wünscht euch viel Erfolg bei Olympia. Auf geht's!